So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich fange einen Fisch mit einer Angel, einem Harpunier und eine Explosionswaffe. Das ganze machen wir natürlich in Gruppenkeile, weil sonst wird es echt ein bisschen schwierig, würde ich mal einfach so behaupten. Aber bevor ich euch genau sah, wie ich das so geplant habe, ich hoffe es funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, werden wir natürlich erstmal über die Skinverlosung reden. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben derzeit eine Skinverlosung am Laufen. Ihr müsst dafür nur ein bisschen was machen, wenn ihr wissen wisst, wollt was, einfach in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich ein extra Video verlinkt für euch und oben rechts ist natürlich auch nochmal angepinnt und natürlich auch ganz am Ende vom Video könnt ihr euch das Video gerne nochmal angucken und dann auch teilnehmen an der Skinverlosung. Würde mich freuen und wenn ich euch schon helfen konnte, jetzt hier bei der Aufgabe gerne mal ein Like da lassen oder sogar ein Abo. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was Fortnite Missionen betrifft, weil ihr könnt ja gerne mal nachgucken. Wir haben ja heute 20 neue Missionen bekommen und ich lade halt wirklich jede Mission hoch. Also mir so egal, welche viele Klicks gibt, ich bin da einfach offen und ehrlich. Ich mache einfach jede Aufgabe einzeln für euch, so dass ihr ganz einfach gucken könnt, wie könnt ihr das Ganze am einfachsten machen. So, wir gehen jetzt direkt mal hier natürlich ans Wasser. Jetzt muss ich noch grad gucken, wo hier unten ein Boot ist. Weil das Boot ist erstmal das Wichtigste. Denk, 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 denk. Ich glaube hier unten ist eins, oder? Hier war keins da unten, wusste ich doch. So, nämlich coolt euch als erstes ein Boot. Das ist echt das Wichtigste, wird ich glaube ich ernsthaft behaupten. So, dann fahrt ihr einfach rum und guckt, wo Schwärme sind. Ah, hier haben wir schon mal zwei, das ist gut. So, am besten so davor und zack. So haben wir das schon mal. Jetzt gehen wir direkt mal hier ans Ufer und hoffen, dass hier in den Kisten einfach eine Harpune drin ist und am besten eine Angel. So, eine Angel haben wir schon mal. Wir suchen aber direkt weiter nach der Harpune. Deshalb, wir müssen jetzt einfach an den ganzen Angelstellen vorbeigehen und gucken, dass wir noch eine Harpune bekommen. Ich muss mich echt schon langsam entschuldigen für die ganzen Lacks. Also, ich verstehe es echt nicht, warum das bei mir so ist. So, hier haben wir leider auch keine Harpune. Hä, doll. Mein Boot hat sich, glaube ich, ne, es funktioniert noch. Ja, 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 ganz entspannt bleiben. So, haben wir hier noch eine Kiste? Ich hoffe halt echt, dass wir auch eine Harpune finden, ne? Sonst haben wir echt ein Problem. So, hier weiß ich, dass definitiv noch zwei Kisten sind. Weil, wie gesagt, mit der Angel, das ist nicht das Problem. Aber die Harpune wird, glaube ich, anscheinend... Ah, da haben wir sie doch schon. So, da ist die Harpune. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Angelstelle. Da haben wir schon direkt zwei Stück und dann haben wir auch diese Aufgabe schon geschafft. Und wir kommen den neuen Flabberskin, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, immer näher. Aber, ich glaube, das Schwierigste wird sein, die Fallenaufgabe. So, haben wir das auch geschafft. Dann gehen wir hier hin, Angel auswerfen und dann haben wir auch diese Leck. Also, ohne Quatsch, ich wünsche keinem so Lecks wie mir gerade, ey. Also, das wünsche ich meinem schlimmsten Gegner nicht. So, wie ihr seht, Aufgabe erledigt, Fische gefangen und wir sind glücklich. So, wie gesagt, wenn ich euch damit hier schon helfen konnte, gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen. Die alten Hase unter euch wissen, was wir jetzt machen. Genau, wir gehen hin und suchen uns einen Sniper. Gucken, ob wir dann auch irgendwie vielleicht noch die Medaille hinkriegen. Aber er muss ja jetzt nicht auch da hin, oder? Das ist mein Haus. Ich war als erstes hier mein Haus. Aber das Haus hier wird neu eingefügt, oder? Ich kann überlegen, war hier ein normales Haus oder war hier ein anderes Haus? Vor allem, mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt keine Waffe. Komplett ohne Waffe ist natürlich nicht so gut. So, hier sammeln wir uns jetzt mal langsam ein bisschen was zurecht. So, zack. Vor allem das Schlimme ist halt jetzt wirklich, dass mir komplett Loot fehlt. Wir gehen nochmal hoch da ins Haus. Gucken, ob wir da was bekommen. Ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, hier die Runde noch irgendwie vernünftig abzuschließen. Hallo, hallo, hallo. Na, quäl dich hoch. So, EP müssen sein. Jetzt haben wir noch eine Pump. Ob ich jetzt noch ein Ding finden würde, wäre glücklich. Haben wir noch eine bessere Pump. Nein. Zonen ist eigentlich noch ganz okay. Aber das Problem ist, wir brauchen halt wirklich eine Sniper. Weil Sturmgewehr ist schön und gut, aber Sniper ist wichtiger. Wo ist denn jetzt mein Boot hin? Ach, mein Boot ist im Haus. Lol. Das war's ja wieder komplett. Kommen wir hier überhaupt raus? Ich glaube, das wird schwierig. Ah, doch, hat funktioniert. Jetzt hängen wir hier wieder fest. Ei, 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 ei. So schön das Boot auch ist, aber es nervt einfach. Aber es ist halt auch ein Boot, ne. Kein Landboot. Oh, Wasser fährt sich vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht sehen wir noch einen Schwarm. Ah, ich glaube, hier fahren alle mit dem Boot gerade rum. Ist da eine Sniper? Ne. Aber den Gegner da oben habe ich gesehen. Gibt hier eine Sniper? Das ist auch keine Sniper. Eie, ei, ei, ei. Jetzt wird es wieder lustig mit Sniper-Suche. Aber ich glaube, das wird hier nichts mit der Sniper-Suche. Denn wir haben eigentlich nichts mehr groß zu looten. Außer da das Haus vielleicht, wo was drin sein könnte. Ich glaube, hier kann ich, wenn überhaupt, noch ein, zwei Kills machen. Dann war es... Ah, da ist es auch. Nur Munition wahrscheinlich. Ah, ne, sieben Schuss. Haben wir hier noch was besseres? Äh, ne. Hier vielleicht noch Munition? Ne. So, jetzt brauche ich nur noch zwei nette Gegner, die sich gerne einen Headshot geben lassen. Und dann... Neu. Also, auf zwei FPS. Das ist echt langsam ätzend. Vorhin habe ich schon die alten Videos extra gelöscht, weil ich schon dachte, vielleicht liegt hier da dran. Das Schlimme ist hier der rote Skin, der fällt aber auch auf der Map auf. Ey, das ist schon übel. So, da haben wir schon mal den ersten Freiwilligen. Da haben wir schon den zweiten. Und, habe ich schon die Medaille? Ja. Da ist das Ding. Da haben wir den dritten. Haben wir noch einen? Kommen aber ganz gut alle. Ich sag ja, wenn man sich mit Snipen Bam geschossen hat, macht Snipen echt Spaß. Oh, ja, 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 ja. Genau dann macht ihr den Schritt drüber. Ja, wir haben zwar noch die Fallenaufgabe, aber... Boah, ich starte das für ein Gegner. Ja. Aja, ja, 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 ja. Wir sind so langsam eng hier. Ah, den haben wir auch noch Ja, guck dir diese Lecks an Ah, der hat sich von da oben nicht noch eingeladen Ach, das war gar nicht von mir einer So, dann würde ich sagen, aber war es doch schon wieder mit dem Video Danke, dass ihr so lange dabei wart Und in dem Sinne, gehen wir weiter Und haut rein